Moin Leute, was geht? Endlich mal wieder ein neues Video hier auf dem Kanal, ja. Ich hab... Der Bullet Hunter, der allerechte. Kurs geht raus, Digga. Vielen Dank für dein Twitch-Follow. Ähm, ja, ich hab jetzt, äh, in den letzten Tagen eher was auf meinem Zweitkanal hochgeladen, ja. Ich bin nebenbei bei meinem Shop schon mal am gucken wegen dem Auto. Ja, auf meinem Zweitkanal was hochgeladen, weil da hab ich schon viel zu lange nichts mehr hochgeladen, ja. Deswegen kamen jetzt erstmal, ich glaub, vier oder fünf neue Videos auf dem Zweitkanal. Guckt da gerne mal rein, Leute. Zocker-Highlights. Auf jeden Fall gibt's da Reactions und gibt auch Need for Speed, gibt so Crew 2, gibt eigentlich alles, ja, rundum. Digga, wo ist die scheiß Kerre, Bruder? Digga, ich find das Auto einfach nicht. Leute, steht mir eigentlich eher die Kappe so rum wie jetzt, also nach hinten? Oder lieber andersrum? Also, auf dem Zweitkanal habt ihr auch ein Video, wie ich die Kappe andersrum trage. Könnt ihr ja gerne mal kommentieren, was besser aussieht. Ich hab's Auto gefunden, Digga, da. Lamborghini Countach, ja. Der allerechte Retrowagen. So, der ist von 1989 eins meiner Lieblings-Lamborghini, Digga. Ich hab den Wagen so heftig gefeiert. Ist auch eins der Autos, was ich auch als kleines Modellauto mal hatte. Ja, als Kind. Hab mein Papa mehr gekauft. Gruß geht raus. Feier ich. Also, der Wagen ist wirklich sehr geil. Vor allem, wie die Tür aufgeht, ne. Ich hatte wirklich ein echt, also, ich hatte wirklich sehr, sehr gute Modellautos. Also, eigentlich nix für Kinder, aber... Ja, Papa war im Gönner-Modus, man kennt ihn. Auf jeden Fall, man konnte so richtig so einen kleinen Hebel umlegen und die Tür so aufmachen, Digga. Ich hab das so gefeiert. Das ist so ein geiles Auto. Und natürlich auch bekannt aus Filmen, aus einem richtig geilen Film auch, aber leider weiß ich gerade den Namen nicht. Könnt ihr gerne mal kommentieren. Den gönnen wir uns jetzt mal hier. Schön im Retro-Modus heute. Let's go. Leute, wer von euch... Also, wer das nicht kennt, Digga, der hat YouTube, glaube ich, noch nie richtig geguckt. Wer von euch kennt das Video, wo ein schwarzer Lamborghini-Kundtouch von hinten... Also, er steht vor einer Wand, von hinten gefilmt wird und dann einfach voll durchzählt, Digga. So wie ich jetzt hier. Natürlich ungefähr 80 Mal so laut, ja. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ich kann das jetzt hier nicht einblenden wie ein Copyright, glaube ich. Aber ich zeige es euch einfach bei Instagram, ja. Folgt mir bei Instagram, Leute. In meiner Story werde ich es jetzt reinpacken, sobald das Video online geht. Da steht da in meiner eigenen Garage, Digga, der wunderschöne Kundtouch. So. Das Ding ist, das Auto ist halt so retro und so ein Klassiker und einfach so geil. Guck mal hier, sogar die 25. Anniversary Edition oder wie... English Ice, wie man das nennt. Fans haben wir volle Helligkeit. Ich möchte gerne den Innenraum sehen, finde ich cool. Gerne noch heller, aber geht nicht. So. Wir müssen uns, ich... Wir müssen uns, Leute... Wir müssen uns hier nochmal... Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Wir müssen uns aber gleich noch bei jemanden richtig fett bedanken, Digga. Warum, zeige ich euch gleich. Ja. Das Video hier sollte eigentlich schon eher kommen. Ich hoffe, ich kann die Folie gleich finden. Aber mir hat, ähm... Ein... Äh... Twitch-Kollege oder ein Kollege, wie auch immer. Eine richtig... Unnormal... Brutale Folie für den Wagen erstellt. Ich habe ihn darum gebeten. Und wir werden uns die gleich mal angucken. Ich habe sie selber nur auf so verpixelten Bildern gesehen, ja. Kurs geht raus, Shimbo, an dein Nokia 6230. Also, ich bin mir nicht sicher, ja. Aber ich glaube, dass das wirklich... Teile sind, die Originalteile imitieren. Ja, weil die sind hier von Speedhunter. Speedhunter ist ja keine... Ja, richtige... Da müsste eigentlich Lambo stehen, aber gibt's nicht. So, das hier. Das feiere ich. Mit den Gitter vorne. Das ist geil. Sind da eigentlich noch Lampen drin, Digga? Oh. Oh. Schön. Schönes Auto. Ich glaube, das hier... Das können wir, glaube ich, vergessen, ne? Würde... Kann man den breiter machen, Digga? Oh. Es gibt schon mal Kohlflügel. Okay, okay, okay. Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Ich würde sagen, wir... Eigentlich müsste ich erst die Folie anbringen. Dann mal gucken, welche Teile... Oh, es gibt sogar Halbwurfen. Welche Teile überhaupt passen? Ja, es gibt wieder anders. Farbige hier oder Halboffen? Bei dem Wagen fühle ich irgendwie das Halboffene, ne? Angeblich auch wieder Original Lamborghini-Teile. Ich kann mir immer noch... Also beim F40 war es dasselbe. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das wirklich Original ist. Wir gucken einmal kurz drüber, was es so gibt. Einmal so ein bisschen reinsneaken hier, würde ich sagen. Ich würde mich auch freuen, wenn einer von euch mal ein paar Filme reinschreiben könnte in die Kommentare, wo der Wagen drin vorkommt. Ich habe einen Film im Kopf. Ich kann mir genau vorstellen, was da passiert gerade. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Film heißt, Digga. Ich bin gerade völlig lost. Was ist das denn für ein Teil, Mann? Oh je. Also solange es keine Big Country Lab Dinger hier gibt, bin ich schon mal ganz glücklich. Bei dem Moment fühle ich auch richtig dieses Palm City, ja? Weil das ist halt so ein richtiges Miami-Auto, ne? Oh ja. Du kannst ja auch so ein richtig modernes Auto draus machen. Sieht man das schon an den Rückleuchten hier. Könnte man auch machen. Es gibt auch, ähm, ich glaube den Wagen, da gibt es auch so ein Kit. Ein Kit von, äh, KS, also ein KS Edition Kit. Aber es ist noch nicht, also wir können es noch nicht kaufen. Ich frage mich mal, wenn das reinkommt, Digga. Habe ich euch schon mal irgendwo in dem Video gezeigt. So, ich würde sagen, wir gucken erstmal eben die Folie hier. Oh, Leute, ich hab's, ich hab's gefunden, Digga. Oh mein Gott. Das ist bei mir jetzt die 240. Folie, wenn ich bei neueste gucke. Ihr müsst wissen, bei neueste ist nicht wirklich von neu nach alt sortiert, sondern irgendwie wirrwarr. Ich verstehe es auch manchmal nicht. So. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Also, ihr seht oben den Namen, Bad Smil 1991 geteilt oder erstellt für mich am 28.03. So, ich gucke mir die Folie jetzt auch zum allerersten Mal an. Ich hab ihm nur gesagt, Digga, was ich mir Vorstellungen habe, weil ich einfach zu doof bin, äh, irgendwelche, also, ich sag mal, so Landschaften kann ich nicht darstellen, da bin ich zu doof. Guck mal, vorne hat er so eine heftige Sonne drauf gemacht, mit Farbwechsel, ja, also richtig so Sonnenauf- oder Untergang, mega geil, und eine schöne Palme drauf gemacht. Das sieht schon mal echt gut aus. Die Seite, Digga. Digga. Digga, die Folie ist so schön, Alter. Guck dir mal bitte diese Seite an, mit diesem Retro, mit dieser Retro-Wave, ja, diese kleinen, viereckigen, äh, blauen Kacheln, ja. Diese Retro-Wave, hinten, einfach ein, im Background so ein paar Berge, eine Palme rechts, so links, und eine Sonne, Digga, einfach. Ja, also, was, ich bin fraglos, Digga, was soll ich zu sagen? Die Folie hat null Downloads, Leute. Bitte, bitte, tut mir eingefallen, wenn ihr auf der Playstation 4 zockt, und ihr wollt das Auto haben, sucht euch diese Folie raus, von Budsmeal1991, ja, damit ihr nicht die ganze, äh, Folie umsonst gemacht habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne bei ihm bei Twitch bedanken, er streamt auch auf Twitch, der heißt aber Shimbo, Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne privat bei ihm bedanken, ähm, da machen wir jetzt auch kein Auge hier, ja, bisschen Support, weil der hat sich wirklich heftige Mühe gegeben, Digga. Das Auto ist perfekt, tieferlegen können wir den. Okay, der geht, äh, weiter runter, als ich sagte, okay. Warte mal, da guck jetzt mal ganz kurz, wie es mit der Karosserie aussieht. Ja. Also, die könnte man noch machen, ne. Bringen wir das mal an hier. Bringen wir auch mal hier die Verbreiterung an. Zack. Haben wir noch ein bisschen fetteren Arsch. So, Freunde, der Standardmotor, ja, der kommt schon, ähm, auf 400 plus. Der Standardmotor, Digga, das ist Liebe, ja. Weil da ist nämlich ein schöner V12 drin, der ist einfach barbarmäßig, Digga. Man könnte auch andere Motoren nehmen, wir gucken einmal drüber. Okay, ihr könnt maximal 0,03 Beschleunigung mehr rausholen. Entweder der baut einen V10 ein, oder den 5,2 Liter V12, der kommt aber aus einem anderen Auto, glaube ich, ja. Ist auch ein Ticken schneller. Oder den 6,2 Liter V8. So, wir lassen aber den Standardmotor drin, weil 0,03 ist, mal ganz ehrlich, ist fast nix, ne. So, Leute, bevor wir rausgehen, gehen wir nochmal ins Optic Tuning, denn ich habe gerade rausgefunden, wenn, äh, ihr den Standard-Spoiler behalten wollt, so wie ich, aber euch gefällt die Farbe nicht, ja. Dann geht ihr einfach hier auf Lackierung, Folie, Folie bearbeiten, Farbe, ja. Auf keinen Fall bei Diekels rein, und dann macht er alles kaputt. Bei Farbe rein, und jetzt könnt ihr euch irgendeine Farbe aussuchen, ja. Irgendeine Farbe könnt ihr euch aussuchen, und es ändert sich immer nur die Farbe vom Spoiler. Das ist doch geil, Digga, das machen wir mal. So, jetzt raus von dem Ding. Episch. Junge, ich bin im zweiten Gang losgefahren, das Ding dreht direkt durch. Was ist das denn? Die Drehtzer geht aber auch schnell hoch, ne. Oh, Baby. Boah. Digga. Ich hab, glaub ich, ein neues Lieblingsauto, Dinger. Was aber auch heftig an der Folie liegt, ne, weil die ist einfach, die ist genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe, man. So, die... So sieht der Wagen übrigens von unten aus, ja. Wer das auch nochmal sehen wollte, ja. Da kann man jetzt ganz schön den... So, los geht's, Digga. Die Retro-Kara macht doch jetzt alle Platz, Junge. Wo sieht's aus? Nachdem wir Grip haben natürlich erst, ne. So, jetzt. Oh, ich bin gespannt, Digga. Ich hoffe, der ist in der Kurve nicht zu schlecht. Oh, ja, es geht. Ja, danke, Digga. Die K.E. ist mal wieder legendär. Hau ab mit deinem Kack, Porsche, mal. Da fällt mir gerade ein, Digga, den Porsche. Wollen wir uns auch noch angucken, ne. Voll vergessen schon wieder. Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Shit. Pokémon wieder nach außen zieht, Digga. Ungöttlich des Todes. Oh, nee. Nee, 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 nee. Warum? Das hätte mein neues Lieblingsauto werden können, Mann. Ach, Kacka. Wie schnell fährt der denn hier überhaupt? Drei. Oh, ja, der fährt schnell. 360, 370. Wir müssen aber anbremsen und deshalb fahren wir nur noch 270, damit er die Kurve kriegt, Digga. Wir können natürlich hier Anpressdruck volle Pulle machen. Aber. Sind wir halt erstens mal langsamer von der Beschleunigung und Höchstschwindigkeit. und der wird halt auch langsamer dann, ne. Ja, ihr seht, da kann ich halt gleich auch direkt bremsen, ne. Kommt auch selber raus. Nochmal bei 340 hier. Komm, komm. Ja, verliert halt auch die Geschwindigkeit, aber, naja, bei 340 geht's noch. So, ab in die Nacht, Bruder. Ja, mach doch mal ein schönes Foto hier von dem reinen, geilen Retro-Look hier. So, Leute, die Foto, die ist übrigens ja glänzend, ja. Ähm, ich werde den Shimbo nochmal sagen, er soll die nochmal in nicht so glänzend machen. Dann kann man nämlich doch ein bisschen besser die Farbe sehen. Boah, ich hab mir den Ton schon wieder viel zu laut gestellt vom Spiel, ne. Glaube ich. Aber das Auto ist einfach so geil. Ja, wir haben jetzt gerade im Oval gesehen, der ist halt in der Kurve eigentlich nicht so gut, ne. Das heißt, nicht so gut ist eigentlich gar nicht gut. Ich muss nämlich mal eben meinen Driftstil nochmal eben auf, ey, Driftstil auf Bremse. Sonst komm ich hier gleich nicht um die Kurve rum. Aber es ist halt so ein, ein kultiges Auto, Mann. Das ist halt eins der Autos, was für mich den Inbegriff, ach, von Retro ist, ja. Weil in so vielen oder in, ja, in vielen alten Filmen aus den 80ern oder so, wird der Wagen halt einfach benutzt. Oder 90er vielleicht auch noch. Wie gesagt, Leute, wer weiß, wie dieser Film heißt, wo der Wagen vorkommt? Oder wer generell einen Film weiß? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Gleich kommt diese komische Kurve hier, ne. Ja, hier jetzt. Oh, ne, 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 ne. Oh, Digga, ich hab schon voll gebremst. Ich hab einfach schon voll gebremst. Was soll ich noch machen? Was für Möchtegern, Racer? Ey, mein Nitro geht nicht mehr. Ja, moin, ich kann kein Nitro mehr drücken. Beste Leben. Nitro ist voll, aber er geht nicht mehr. Hä? Ah, jetzt. Null. Was ist das denn für ein Bug? Ah, der... Man sieht halt auch, schnell ist er jetzt auch nicht richtig, ne. Also, ich verstehe mich nicht. Der setzt sich langsam. Der ist nicht langsam. Ja. Im Oval haben wir da easy mal die 360, 70 geschafft. Also, das geht schon. Aber das Geilste an dem Wagen ist einfach der Sound und die Optik, Digga. Einfach der Sound und die Optik. Und ganz ehrlich, mit dem Wagen kannst du auch locker easy die Story durchzocken, aber locker easy. Reicht auch völlig aus. Ich denke mal, für die meisten Online-Spieler wird der Wagen auch ausreichen. So, endlich im Ziel angekommen, hier, Digga. So, Leute. Kleines Fazit zum Auto. Brauchen wir nicht viel sagen. Beschleunigung ist okay. V-Max ist okay. Kurvenlage. Mäh. Nicht gut, ja. Aber ist auch egal, Digga. Also, das macht einfach trotzdem Spaß, den Wagen zu fahren, weil er einfach geil aussieht. Ich will euch mal noch was Wichtiges zeigen. Ja, auch für Shembo hier an der Stelle. Ja. Das ist jetzt die Folie, wie sie normalerweise ist, ja. Ich finde die sehr geil, so wie die ist. Keine Frage. Das Ding ist halt nur, im Spiel sieht es draußen irgendwie relativ komisch aus. Und hier drin vielleicht auch, kommt drauf an, ja. Man kann nicht richtig erkennen, dass diese Farbunterschiede und so, die Sonne und so, ist alles sehr, sehr dunkel. Warum ist alles sehr, sehr dunkel? Weil, wenn du eine Folie im Editor glänzend machst, sieht alles irgendwie so chrom aus. Und bei Chrom sieht alles eintönig aus, irgendwie. Ich habe mir jetzt mal kurz die Mühe gemacht und habe mal überall, nur auf dieser Seite des Fahrzeugs, habe ich mal überall das ganze Glänzende weggemacht, ja. Das sieht dann so aus. So wie jetzt, ja. Finde ich persönlich besser, ja. Weil man das im Spiel einfach besser erkennen kann. So. Ich hoffe, Shembo kann die Folie nochmal teilen, wenn, so dass alles nicht glänzt, ja. Dann kann sich jeder selber entscheiden. Ey, entweder ich möchte hier das glänzend haben, alles ein bisschen dunkler dann dementsprechend. Oder ey, nö, ich will das lieber so haben. Das hier glänzt halt nicht so stark. Man kann das irgendwie viel schöner erkennen, finde ich. Ja. Und vorne habe ich das auch übrigens gemacht. Kann man einfach besser erkennen, finde ich. So. Hier an der Seite siehst du halt, da glänzt alles. Das hat auch irgendwas. Aber ich finde, in dem Spiel sieht das irgendwie, wenn es nicht glänzt, besser aus. Das muss doch jeder für sich selber entscheiden. Deswegen, ich hoffe, Shembo kann die Folie nochmal teilen, wenn es nicht so glänzend ist. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht gucken wir uns mal den Porsche GT2 S an oder was anderes. Das muss ich mir nochmal überlegen. Und ja, wir sehen uns dann, Leute. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.